Herzlich Willkommen zurück, Leute! Fortnite, Battle Royale, Kapuze, der Kunran und der Alex, die machen auch nichts. Ja, ein bisschen trägt er auch dabei. Ab und zu. Gegen, bei uns, bei mir dann ist einer. Keine Waffe, um rüber zu schießen. Ich habe eine Shotgun, ich könnte direkt rauskommen eigentlich. Ich versuch's. Oh, ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht mehr gesehen seitdem, seitdem er gelandet ist. Weißt du, wo er gelandet ist? Er ist in meine Richtung geflogen. Ich habe einen, aber das war nur dazu. Ich bin bei D. Ich habe ihn mal im Blick, ich warte noch. Ja, keine Ahnung, wo die anderen sind. In der Toilette ist eine Falle von mir jetzt. Ich weiß auf jeden Fall, wo er ist, dann kann ich eben noch weiter looten. Du weißt, wo er ist? Ja, der, der down ist. Ich weiß, dass ich jetzt die ganze Zeit an dem dran hängen bleibe da. War das im Auto da? Ja, den auch. Hinter einem Stein. Ja, das war der Azubi. Das war nicht, der den ich gesehen habe. Ich habe eine Frau eigentlich gesehen. War das nicht die Frau? Nein. Das war ein Mann. Kann ich noch einen kleinen Schild dran abzugeben? Ja, ich auch. Alex, ich hoffe, den mal hier über den Metallcontainer. Ich hier kaputt sein? Ja. Ist aber ein süßer. Ja, am kaputten Haus, wo wir immer hingehen danach. Da ist jetzt die Frau. Ach, da sind wir einfach allein gelassen. Schauen Sie sich das an. Wir wollten beide abhauen. Lustigerweise wollte der hier sogar noch kämpfen. Mit nix. Da kommt sie. Da hat eine Granate geworfen. Oh Leute, jetzt müssen das jetzt. Handy Gameplay oder was? Nein, ich war einfach gut. Nein, das ist unverständlich. Das war sie auf jeden Fall. Wie die Geier. Du musst halt schnell sein. Ja, ey, ich will schnell. Aber da kommt noch einer. Der nächste. Hab ihn nicht gegeben. Ich muss zurück. Das sind mehr. Au Mats. Ich habe nichts zu bauen. Nichts davon. Von hinten. Ah ne, dann nicht von hinten. Von links. Rechts in dem Holzkasten kann ich nicht rein. Oh fuck. Ich kann. Ja. Ich kann. Ich muss da hochfauen. Links ist auch noch einer süden. Ich habe einen Hitmarker gerade von hinten gekriegt auf einmal. Granate. Da, hier ist auch noch links einer oben. Wir haben aufgehoben. Okay, ich habe ein paar. Ja. Meiner ist tot. Meiner ist auch tot. Das Team ist anscheinend weg. Du bist unten drunter, ne? Ja. Komm ich, komm ich, komm ich, komm ich, komm ich. Ich habe die Grunde auf. Das war gerade weird mit dem Hitmarker. Puh. Aber wenn die Diegel trifft, ja, da fühlt man sich. Ein Gefänger macht. Ja? Diegel und Hunting Rifle finde ich. Ja, Grunde. Grunde. Ich habe einen Jug. Ich habe einen Jug. Ich habe einen Jug. Achso, du hast einen Jug, dann kriegst du nichts. Mal eben hier in den Kasten rein. Alex, bohrst du mit Bandagen? Nö, Bandanen wollen wir nicht. Hier noch eine graue Airfahrt. Alex, hier nehm das Staffel. Liegt alles so bei dem ersten Kill, den ich gemacht habe. Da wurde nur noch gesagt, dass er kommt von rechts. Hier liegt auch nochmal was zum Heilen. Ich nehme es mal mit. Wie viel zum Heilen ich brauche? Ein Bandage. Und dann hast du einen Medi-Kit? Ich habe einen Duck. Ja, okay, dann nehme ich das Medi. So, haben wir hier noch irgendwas tolles liegen. Finde mich echt gut. Kann ich mal noch mitnehmen. Oh, netter Start. Nette Start. Super war der. Was suchst du, Kunde? Der zweite Start. Ich habe einfach nur geguckt, ob noch irgendwas rumliegt, was man mitnehmen kann. Die graue Air? Ähm, habe ich. Graue Air habe ich schon. Okay. Aber nicht die richtige Cord. Hier ist aber schon alles weg. Hier ist aber schon alles weg. Hier ist aber schon alles weg. Ich habe mich da noch mitnehmen können. Okay. Ähm, ja. Farm gucken, oder? Nee. Wieder alt. PT? Okay. Am Gang hier Schiff die Chefs. Gucken unten am Fluss. Okay. Am Gang hier Schiff die Chefs. Hui. Da kommt auch ein Air-Drop runter. Dahinten, wo wir... Also Schiff die Chefs. Schiff die Chefs. Wo ist denn der schon? Ist der schon weiter unten? Hä? Wo ist denn der Air-Drop? Der war schon relativ weit unten. Ich glaube, der ist gerade schon am Rauch vorbei. Ah, der ist hinter dem Baum. Ja, der ist genau unter dem Baum. Ja, stimmt jetzt. Lama. 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 Darf ich was haben? Das sieht dunkel aus. Nein, nein, nein. Ähm, ja. Ich will aber einen Stack. Will ich auch. Ich will auch einen Stack. Ich würde Stein nehmen. Dann macht ihr mal das Lama auf. Nehm ich mit. Bau mal eine Treppe. Bau mal einen Boden da, wo du bist schnell. Oh. Äh. Stein. Stein ist weg. Ich hab, ich hab, ich hab Stein und Holz. Sorry, kann ich droppen. Dalu. Saft. Ich komm wieder hoch. Ich dropp mal hier. Okay, ich komm wieder hoch. Wolltest du die Granaten da noch? Äh, Granaten wär gut. Holz dropp ich mal 200. Danke. Stein dropp ich auch. Hab ich auch nicht sehr. Aber 200 Steine. Wer hat die Air Muni aufgehoben? Äh, Stein hab ich 246. 246. Dalu, ich dropp 108 hier. Das ist schon ein bisschen viel. Äh, ich dropp auch nochmal. Ich schurte keinen Muni. Hab ich auch noch. Sniper Muni. Sniper Muni. Sniper Muni? Braucht keiner? 98? Sniper? Ja, mach's. Stop halt. Also mach irgendwie 20 oder so. Ich würd auch nochmal 10 nehmen. Bitte, bitte, Conan. Achso, im AirDrop drin. Äh. Keine Hard Launcher. Kann er liegen lassen? Ne, ne, hab ich. Aber. Ja, ich hab nur das Goldene. Oder den Schildrank. Aber. Nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Auf jeden Fall. Habt ihr Glück. Sollte denn rauskommen. Der Granatwärmer ist auch ein Eigenwerfer. Oder Scar. Ja. Die Qualitäten wäre von Scar. Beides gleichzeitig am besten. Ich schon wieder. Zweite Mal. Es. Die Ecke können sie echt umbauen. Ja. Schön, dass du vorher gelacht hast. Wie schön. Das würde mir nie passieren. Ne, es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig angezeigt, ne? Die Ecke ist einfach komplett. Kann dann. Kannst du nicht. Ich kann es nur versuchen zu springen. Was war drin? Wie viel sind drin? Zehn. Ne, die hab ich grad gedroppt. Ne, die Frage ist, was war in der Kiste? So ein Schildrank, gerne. Kann ich noch die Bandagen haben? Ja. Ja, eben. Ja, das waren die meine. Der hat auch meinen C4 hier weggenommen, ne? Ich hab keinen C4. Na, da hab ich das mitgenommen. Äh, blaue Außen. Ich hatte schon einen C4 hier. Ja, ich hab meine gedroppt zum Heilen. Warum willst du das C4 heilen? Warum nicht? Der Blocker. So, die Zone kommt. Ja. Brauchst du noch ein bisschen Holz noch? Weil du musst nix abbauen. Ich hab 600. Ich hab 120 insgesamt. Ich hab 600 Holz. Also wenn der was will. Ja, ich hab 120. Wenn wir... Willst du was? Ist das denn die Karte, dass du das tot ist? Der Kunde hat gesagt, ich hätte gern etwas Holz. Ich hab nur 120. Aber das hab ich nicht verstanden. Was ist denn die Schule? Kundran, ja? Sag doch, wenn du was willst. Ja. Tschüss mal bei euch. Nee. Ja, weil das Bitte hör ich ganz oft, ja? Ja, das ist ja kein Wunschkonzert. Gehört zur guten Schule. Ach, das ist unnötig. Es geht ums Überleben. Nein. Oh, es geht um die Freundschaft. Ach. Nein, der hat sich grad mit Kundran enorm vertieft durchs Holz. Äh. Ja, Kundran. Du hast jetzt einen Pluspunkt bei meinen Freunden bekommen. Das ist toll. Ja. Ja. Das ist eigentlich okay. Ja, war's n bisschen. Oh shit, aber schon grad. Wiesn Stück. Kann man eigentlich auf nem Raketlauncher auf den Granaten auch riden? Du kannst kurz drauf stehen bleiben. Also ich glaube, du fällst irgendwann runter, weil der Winkel sich dann ändert. Aber es gibt, es gibt einen Zeitpunkt an dem du drauf stehen könntest. Wow. Da liegt noch ein bisschen Stuff. Vielleicht sind es Mini-Shield Tränke, die liegen hier oft. Nope. Wie will die denn keiner? Steht nur ne bessere Ei. Blaue Schoddy auf jeden Fall. Was ist das da rechts? Immer die Hunting mit. Ach ne Hunting, warte. Kann ne grüne Hunting droppen? Nö, nö. Ich hab auch ne grüne. Ich hab nur gewundert, es sah so komisch aus, wenn deine Ferne so flach. Oh, die fragt, was war das für ein Geräusch? Da ist noch ne Sniper, wenn wir hören. Ja, ich. Man kommt nicht dran. Hast sie? Wenn ich dran kommen würde, ja. Jetzt hab ich's. Ist ja nix los. Wo sind die alle hin? Hallo. Alle weggelaufen. Ist denn da niemand? Ja, da ist. Die Zone kommt mir bekannt vor, die wir gerade haben. Wir haben nicht mal wen hinlaufen sehen. Das leben noch 30 Leute. Wir sind alle auf der anderen Seite irgendwie. Oder schon drin. Alle in einem Haus. Wir sind totbar. Jede Etage und jeder Raum. Genau. Aber immer nur eine. Ja. Wie viel Pumpkin ist das, Nudalu? 40. Hm, willst du mir mal 5 ab, 10 abgeben? Danke. Nachrüger. Fangstelle besuchen heißt eigentlich Reingehen? Naja, klingeln. Naja, aber es kommt kein Sound. Achso, wie bei den Eiswagen? Da war ne Falle, nenne ich keinen Haustritt. Fawns, modernes Haus, modernes Haus. Zwei Leute auf jeden Fall. Batman und Robin schreiten zur Tat. Der stand zu lange still. Ja, schön steht der eine, der Rote. Ja, nice, haben wir zwei. Ach, war nur zwei. Okay. Ich habe euch zugeschaut. Das war eine gute Leistung. Von allen von allen. Blauer Eier, Schlöf ist gut. Das war kein blauer Eier, ich sehe eine grüne. Hier ist ein blauer Eier. Oh, guck mal. Sind wir schon in der Zone? Ja, in den Anhäusern muss es aber auch noch mehr sein. Ich kann eigentlich weitersuchen. Lass uns mal kurz gucken. Auf dem Berg wahrscheinlich vielleicht noch. Oh, da oben ist eine No Dance Area auf dem Berg. Da links oben, auf Westen genau. Ganz oben auf dem Hügel. Da siehst du das Schild, wenn du scopest. Hier haben wir eigentlich Fußball gespielt. Ich gehe 2-0. So. 5. Für den Leverkusen. Wir fällen da die. Was ist das? Da läuft's da fällig. Oh, da hinten ist was riesiges in die Luft geworden. Guck mal. Nordwesten. Ja, da sind auch welche. Die schießen aber runter. Die haben runtergeschossen. Hier Richtung NO. Die schießen immer noch. Ja, ja. Ja, ja. Oh. Hört auf doch die zu provozieren. Kommt Jungs, rechts rum. Oh, wie weit wird man hochziehen mit der Handling Rifle für sowas? Ach, shit. Ich habe ihn, ich habe, die Höhe hatte ich die Richtige. Ich habe nur leider links vorbei geschossen, weil er sich in der Sekunde bewegt hat. War schlecht. Auf jeden Fall gucken sie zu uns. Parven 63 erhoben. Oh, sick. Oh, hinter uns in der Stadt. Hinter uns, hinter uns. Wir müssen, ich glaube, wir sollten das jetzt auch langsam einmachen. Ja, 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 ja. Ich habe einen gehintet da oben. Oh, hier ist ein Sniper-Schuss, der glaube ich relativ groß war, der. In Ghost Town ist ein Team. Ja, von hinten. Ja, ja. Nee, ich wurde von vorne noch beschossen, hier der NW. Ich weiß aber nicht, wo die hinter uns sind. Auch nichts. Ungenaded. Bleib nicht stehen, bleib nicht stehen, bleib nicht stehen, bleib nicht stehen, bleib nicht stehen. Der hat eine, der benutzt einen M4 gerade zum Fließen. Der läuft hier draußen, da nur. Den habe ich ungenaded schon. Jo. Ja, der andere läuft hoch. Hat gut kassiert. Der ist hier auf deinen schon draus gesprungen. Hat einen Hit gekriegt bei der Skar. Ja, hat einen Hit gekriegt bei der Skar. Ja, hat einen Hitgekriegt. Da ist er. Tot, nee, ist nicht tot. Der ist down. Der ist tot. Meiner ist gestorben jetzt auch. Ja, meiner auch. Pass auf. Jetzt die von Südwesten 240 aufpassen, die schießen nach uns. Und hinten uns kamen auch noch welche. Irgendwas schießt ihr auch wild rum. Wo ist denn der gestorben? Wo ist denn das Loot hingeflogen? Ich sehe sie. Aus Südosten aufm Berg oben. Ganz oben. Ja, ich bin ja nicht Sniper. Hast du? Einer rutscht runter. 81er eher. Einer ist runtergerutscht bei euch. Südosten, Osten. Hat mich getroffen. Ah ja, ich habe die verstanden, dass du die brauchst. Genau, und die Leuchtekanone ist oben. Jo. Oh, hat jemand einen Schildtrank noch? Da unten liegen welche, Alex. Ja, ich sehe es. Hat mich gleich, ich brauche Hilfe. Den habe ich drüber gesetzt. Oh, einer pusht links. Ja, ja, ich bin der Pausch. Ich habe mich wieder drüber gesetzt. Oh, 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 oh. Ich schieße bei dem am Wurm. Scheiße. Oh, wie viel hält der denn aus? Drei Schüsse hat der mit der... Das ist noch einer, das waren zwei Kunden dran. Oh fuck, kaputt. Ich bin ausgeladen. Ich gehe außen rum. Ja, ja. Ihr müsst in die Zone gekriechen. Komm, ehrlich. Ich will noch eine Wand setzen. Wir müssen noch weiter. Ich weiß nicht, ob wir schon drin sind. Ja, jetzt sind wir drin. Ich bin drin. Mach ich mal... Ja! Ich habe... Ich komme zu euch. Wann habe ich den gedownt? Du hast den gedownt, der bei dir war. Der eine wollte in meinen Turm oben springen und ich habe C4 oben reingelegt, gewartet, bis er oben ist und damit ich rausgeimpft habe, gezündet. Oh, nein. Dass das funktioniert. Nice. Hier liegt noch ein 50er-Schild und ein Mini-Schild. Lege ich auch noch hier hin. Außerhalb der Zone ist noch nichts Wichtiges. Ja, ich gucke gerade. Man könnte hier reingreifen. Wo ist das? Wo ist das? Hier ist ein großes Schild und ein Mini-Schild. Nee, das Schild habe ich auch noch bei mir ein. Okay, dann... Willst du den großen auch? Nee, jetzt hätte ich das Mini genommen und du den großen. Oh, sorry. Ach, ist gut. Nur noch die da oben auf dem Berg, die großen. Nee, nee, es fehlt noch ein Team. Das da oben ist vor allem ziemlich ramponiert. Ich weiß nicht, ob die da noch drin sind. Ach, das war witzig, ey. Kann sein, dass die oben gar nicht mehr da sind. Da wollte er pushen und es ist geplatzt. Aber natürlich nicht safe. Oh, schüsse. Rieden. Close, aber. Wir gehen einfach hier hoch, oder? Immer hier rumgucken. Gucken, was man so sieht. Hey, sind noch die auf dem Berg, würde ich sagen. Die kämpfen ja gerade. 4-4 vielleicht. Mischen wir uns jetzt ein, knallen die ab. Party zu Ende. Sind gleich beide da, ne? Also ich bin ein Stück hinter dir. Ja, wenn die alle tot sind, ist halt das Problem. Ich frag mich eher nur, wo die anderen Angreifer sind gerade. Okay, ich bin oben drauf und chill hier. Hinter. Ja, okay. Ender down. Ich werde genaded. Meine. Über uns. Wo wir herkommen, habe ich. Da ist er. Nur down, nur down. Da ist der Jones. Ja, unser ist auch nur down. So, er ist chillig. Granaten. Das ist der, Alex. Ich schieße einfach mal irgendwo hin, wo ich glaube. Ne, da ist keiner, glaube ich. Doch, da ist einer, oder? Ne, das ist... Hä, was ist denn das? Doch, da ist einer. Einer ist ausgelockt, oder ist er gestorben? Ich weiß es nicht. Ich schieße dir. Der hat richtig gekehlt gerade. Ich hab's nach da unten. Hey, 15 wird gebaut, 15 wird gebaut. Da hinten, da hinten, da hinten. Der wird gerade hochgebrochen. Der ist in der dringend, der ist in der dringend, der ist in der dringend. Hab ich. Das Unterschied. Der kann nichts mehr haben. Hallo. Und dann hab ich alles weggenommen. Die Granale ist an dir abgeprallt. Der liegt doch schon. Der liegt doch, ja. Oder war hier noch einer? Ist der gefallen? Ne, das wäre... Der liegt nicht. Das ist ein anderer. Der eine lag. Ne, der lag nicht. Der eine war Maschette. Ne, der lag nicht. Der lag doch. Das sah aber ruhig aus, als ob der lag, als ich das mal gesehen habe. Nein, der lag, Kunran, der Tee, kein Quatsch, he. Du bleibst jetzt da liegen, spät dich jetzt ein in deine Kammer. Ne, kein, nicht. Zu schräg. Der lag doch. Ich hab nicht gerade gesehen, wie Kunran da hingeht, auf einmal sitzt der da halt einfach nur. Ja, richtig, der ist Lars. Der lag, Kunran, ey. Du hast dich von einem erschießen lassen, der am Boden lag. Das ist ja schwach. Ich seh ihn, letztes Südwesten in den Berg, will sie jetzt raufbauen zu uns. Verordnet, ihn wieder zu schießen. Das ist halt... Verstehen Sie Spaß? Ich glaub, dass jemand abgestürzt ist. Das geile war aber das Haus. Oh, scheiße. Wie soll der Schlangenfahrt? Welches Haus? Der ist was Kapuze da gebaut. Achso. Ja, hier unter uns. Es geht wieder runter. Das geht doch nicht mehr. Leider geht's nicht mehr. Wird man eigentlich, wenn man hier unterfällt jetzt noch nachträglich? Ne, ne? Welchen Kills habt ihr gemacht? 4, 6, 2. Also 18 Kills. War wieder schön, Leute. Wenn ihr gewonnen habt, ist es leichter. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 métal. Tschüss. Tschüss. Sch busca.